Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Morgen ist es soweit, das wichtige Heimspiel gegen Holstein Kiel steht auf dem Programm und wir blicken natürlich heute nochmal auf die Spieltagspressekonferenz, denn dort gab es ja einige interessante Themen und somit sprechen wir heute über Schalkes Transferausgaben, warum man dort trotz hoher Einnahmen weiterhin spart, über Brian Lassem, der bei Thomas Reis für Unverständnis gesorgt hat und eben auch über die mögliche Startelf gegen Holstein Kiel, denn dort könnten vor allem auch unsere jungen Talente eine wichtige Rolle spielen. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem Blick aufs aktuelle Personal, denn auch dort gab es gestern von Thomas Reis nochmal genauere Aussagen zu Kenan Karaman, Dominik Drexler und vor allem auch zu Sebastian Polter. Denn bei Karaman und Drexler war ja schon vor der Pressekonferenz klar, dass sie uns bis auf weiteres fehlen werden. Auch da haben wir hier drüber spekuliert, dass das sicherlich mal eine Ausfallzeit von zwei Wochen sein wird, vielleicht sogar einen Ticken länger. Und Reis vermutet eine Ausfallzeit bei Karaman und Drexler bis mindestens zur Länderspielpause in zwei Wochen. Und somit könnte es, wie auch hier gestern schon mal besprochen, im besten Fall so sein, dass Karaman und Drexler Mitte September im Heimspiel gegen Magdeburg wieder fit sind. So ist auf jeden Fall die klare Hoffnung bei Schalke. Bei Sebastian Polter gab es auch eine Neuigkeit. Er hat ja eine Risswunde am C sich im Training zugezogen und er wird auf jeden Fall am Freitag noch fehlen. Denn Thomas Reis hat betont, dass er wohl möglich gegen WN Wiesbaden wieder zur Verfügung steht. Und das bedeutet logischerweise im Umkehrschluss, das Spiel gegen Kiel kommt für Sebastian Polter auf jeden Fall noch zu früh. Somit fallen diese drei Spieler gegen Holstein Kiel logischerweise auf jeden Fall aus. Plus natürlich Leo Greimel. Und somit sieht es also dort aktuell so aus mit dem Personalupdate. Bei Niklas Tauer sieht es auf jeden Fall wieder gut aus. Er hat ja gegen Braunschweig ordentlich einen abbekommen. Laut Thomas Reis sieht man es auch noch ordentlich im Gesicht. Aber er konnte auf jeden Fall auch ganz normal trainieren. Und einer, der ja gegen Braunschweig auch verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, war ja Brian Lassim. Und klar, es gab sicherlich gegen Braunschweig Spieler, die durchaus negativer aufgefallen sind als ein Brian Lassim. Aber was dann schon ein bisschen komisch war, dass er nach einer guten Stunde Platz machen musste, verletzungsbedingt für Yusuf Kabadahji. Denn unser Flügelspieler war ja sichtlich erschöpft. Und da gab es dann eben auch mal Nachfragen auf der gestrigen Pressekonferenz, warum das denn sein konnte, dass ein Lassim nach einer guten Stunde bereits krampfartig oder wegen Krämpfe eben dann raus musste. Und bei Thomas Reis hat das auf jeden Fall für Unverständnis gesorgt. Lassim hatte Krämpfe gehabt. Wir machen uns da auch Gedanken. Hat Reis hier auf jeden Fall nochmal klargemacht, dass es tatsächlich Krämpfe waren, die Brian Lassim da geplagt haben. Und das eben, ja, nach einer guten Stunde. Und Lassim hatte wohl eine Laufleistung von circa sechs Kilometern. Also jetzt auch nicht eine mega krasse Leistung, wodurch man irgendwie das begründen könnte. Und auch deswegen hat eben auch Thomas Reis darüber nachgedacht, woran es denn liegen könnte und sich wirklich gewundert, dass das passiert ist. Wir haben die Vermutung, dass er zu wenig getrunken hat. Es war sonst schwer erklärbar. Aber wir versuchen auch da unsere Schlüsse draus zu ziehen. Und das mit dem Verletzten kommt leider vor. Trotzdem war es auf jeden Fall für Thomas Reis mehr als ungewöhnlich, dass das bei Lassim passiert ist, weil es eben auch normalerweise erst zum Ende hin einer Partie passieren kann, dass eben sowas mal passiert. Gut, klar, bei Dominik Drexler mit dem Muskelfaserriss oder was es auch immer am Ende genau für eine Muskelverletzung ist, war es natürlich grundsätzlich ähnlich, weil auch er hat jetzt keine 90 Minuten gespielt. Aber bei Brian Lassim war es natürlich schon wirklich sehr komisch. Und genau das hat eben jetzt auch bei Thomas Reis für Unverständnis gesorgt, dass das überhaupt passieren kann. Denn klar ist, vor allem auch Lassim war gegen Braunschweig wichtig in der zweiten Hälfte oder wäre auf jeden Fall wichtig gewesen, auch bedingt durch die Verletzung von Karamann. Darauf war natürlich jetzt schon darauf, dass das nicht nochmal passiert. Und wenn wir dann natürlich auf eine mögliche Startelf blicken, plus eben auch ein paar Spieler verletzungsbedingt fehlen, könnte es natürlich auch sein, dass unsere jungen Talente Chancen bekommen. Denn Thomas Reis hat ja auch gestern nochmal ganz klar betont, dass ihm einfach das Mittelfeld gegen Braunschweig überhaupt nicht gefallen hat. Und er hat ja auch klar gemacht, dass er natürlich auch darüber nachdenkt, mehrere Änderungen vorzunehmen in der Startelf. Klar ist, in der Abwehr kommt Cedric Bonner zurück in unsere Startelf. Ich denke mal, damit steht unsere Abwehr plus Torwart auch auf jeden Fall in der Offensive. Da gibt es aber drei junge Spieler mit Assan Uedraogo, Yusuf Kabadahi und Keke Topp, die auf jeden Fall durchaus überzeugen könnten. Denn alle drei haben auf jeden Fall in den vergangenen Tagen sowohl im Training als eben auch Uedraogo und Kabadahi im Spiel gezeigt, was sie können und dass sie unserer Mannschaft durchaus helfen könnten. Und deswegen hat auch Thomas Reis betont, dass man auf solche jungen Spieler jetzt auf jeden Fall erst recht guckt. Das sind genau die Spieler, bei denen ich mir Gedanken mache, ob sie in die Startelf rücken. Manchmal braucht es einen Schuss Unbekümmertheit. Klar, bei Keke Topp wird es natürlich so sein, dass er sicherlich erneut auch im Kader stehen wird, bedingt durch die Verletzung von Sebastian Polter. Das er allerdings von Anfang an spielt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Wenn, dann müsste er wieder auf dem Flügel spielen, wie er natürlich in der Vorbereitung schon gespielt hat. Aber für mich ist Keke Topp ein glasklarer Zentrumsstürmer. Und da wird er sicherlich nicht für Tirot in der Startelf stehen. Er ist für mich schon einer, der auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird. Aber Uedraogo und Kabadahji, das sind auf jeden Fall die beiden jungen Talente, die beiden jungen Kandidaten, die in die Startelf rücken könnten. Ich hätte auf jeden Fall nach dem Braunschweig-Spiel gedacht, wenn Drexler weiterhin fit gewesen wäre, dass vielleicht sogar mal Seguin und Tempelmann wieder rausrutschen. So wird aber sicherlich einer von beiden möglicherweise eine Chance bekommen. Und der andere wird eben dann für Uedraogo weichen. Und auf den Flügeln muss man eben Kenan Karaman ersetzen. Da wird wohl möglich Lassem erneut starten und dann eben eine Position an Kabadahji oder Kusuki gehen. Und da hat mich persönlich in den vergangenen Tagen von den Eindrücken her, Yusuf Kabadahji mehr überzeugt, ihn dann wirklich mal reinzuschmeißen. Und somit könnte es auf jeden Fall auch gut sein, dass Kabadahji sein Startelf-Debüt feiert. Der wiederum war auf jeden Fall wirklich glücklich darüber, jetzt auch sein Debüt für Schalke gefeiert zu haben. Für Kabadahji war es ja grundsätzlich auch sein Profi-Debüt. Und er hat auch gesagt, es war sicherlich noch nicht alles perfekt. Er hatte wohl ein, zwei ganz gute Aktionen drin gehabt. Aber auch er will sie auf jeden Fall noch steigern. Und trotzdem könnte es für ihn jetzt sicherlich durchaus schnell auch in unsere Startelf gehen. Und dann blicken wir doch mal ganz kurz auf unsere Startelf gegen Holstein Kiel. Zumindest mal auf die mögliche Startelf, die ich für realistisch erachte. Und dazu könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich glaube, im Tor gibt es aktuell nichts zu diskutieren. Da wird auf jeden Fall Marius Müller stehen. Trotz aller Sympathie für Ralf Fährmann gibt es hier keinen Grund, irgendwas zu ändern. Ich denke mal, die Viererkette stellt sich im Grunde von selbst auf. Brunner kehrt zurück. Dadurch Niklas Tauer eben wieder raus. Baumgartel, Kaminski, Auwian werden erneut starten. Ron Schallenberg auf jeden Fall ganz klar auf der Sechser-Position. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ändert man im Offensivbereich? Ich gehe stark davon aus, dass einer von Paul Seguin und Lino Tempelmann weichen muss. Würde persönlich aber deutlich lieber Seguin in der Startelf lassen und dann eben Uedraogo reinpacken. Am liebsten sogar mal mit einer klaren Doppel-Sechs. Schallenberg, Seguin würde glaube ich auch Schallenberg deutlich weiterhelfen. Und dem dann Uedraogo als Kreativspieler, als Freigäst auch so ein bisschen ins Rennen schicken. Um eben auch gegen Kiels Defensive, die ja wirklich einen guten Saisonschat jetzt auf jeden Fall auch hatten, ja auch Lösungen finden zu können. Lassem sehe ich auf jeden Fall erneut über den rechten Flügel kommen. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass Kabadahki seine Chance bekommt. Klar, man sollte jetzt nicht nach einer Halbzeit oder nach 30 Minuten, die er für uns gespielt hat, sagen, er wird uns jetzt auf Anhieb direkt jedes Spiel weiterhelfen können. Aber vielleicht überzeugt er ja ähnlich wie zum Beispiel auch Uedraogo gegen den HSV. Und man sagt, jo, mit Kabadahki haben wir tatsächlich einen Spieler, den du auch schon jetzt regelmäßig reinschmeißen kannst. Und eben auch erst recht jetzt, wenn dort die Personallage zu dünn ist. Denn ein Tobias Mohr sehe ich aktuell dort nicht in der Startelf. Und dann wäre es eben noch Kozuki als möglichen Kandidaten. Da würde ich aber Kabadahki auf jeden Fall vorziehen. Ansonsten Tirodde natürlich im Sturmzentrum, wodurch eben auch dann ein Keke-Top erneut auf der Bank sitzen würde. Ich denke mal, so kann auf jeden Fall die realistische Startelf aussehen gegen Holstein Kiel. Man muss aber auch dazu sagen, es ist auch nicht allzu schwer, diese aktuell als Fan sich zu überlegen, weil man eben auch natürlich sagen muss, dass die Auswahl, vor allem auch in der Abwehr, nicht zwingend dafür da ist, um jetzt großartig rotieren zu können. Für Thomas Reis ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir gegen Holstein Kiel deutlich mehr Aggressivität zeigen. Das war wirklich ein Wort, was an der Pressekonferenz unglaublich viel genutzt hat. Meiner Meinung nach ist dieses Thema Aggressivität einfach ein Grundsatzding des Fußballspielens. Also das muss einfach da sein. Er ist recht in dieser intensiven zweiten Liga. Und für Reis bedeutet eben diese grundsätzliche Aggressivität, dass man eben auch dann umso besser spielerische Lösungen finden kann. Sprich, wenn man eben aggressiv ist, dann zeigt sich auch die Qualität. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn Holstein Kiel hatte ja ordentliche Kaderveränderungen, eine super interessante neue Mannschaft sich zusammengestellt. Zwei Siege direkt mal zu Beginn gehabt, dann eben jetzt die Pleite gegen Magdeburg, trotzdem vor allem auch offensiven, spielerisch guten Ansatz hinterlassen. Da wird schon interessant, wie unsere Mannschaft dort gegenhalten kann. Ob wir jetzt am Freitag besser gesagt von unserer Mannschaft spielerische Lösungen sehen werden, das glaube ich statt jetzt eher weniger, weil eben dann erstmal diese Aggressivität wichtig sein wird. Blicken wir mal ganz kurz über das Spiel gegen Holstein Kiel hinaus, auf das, was rund um unsere Mannschaft noch passiert in Sachen Transfers. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir noch gerne Neuzugänge sehen würden. Aktuell geht die Tendenz aber ja eher dahin, dass wir vielleicht noch ein, wenn möglichst mal zwei neue Spieler hinzuholen. Und dort stellen sich ja auch vor allen Dingen viele Fans die Frage, warum ist denn Schalke nicht mutig genug? Warum gibt man nicht wirklich viel Geld aus, obwohl man ja sehr viel Geld eingenommen hat? Und diese Frage hat Peter Knebel mal gegenüber der WAZ besser gesagt im Podcast Fußball Insight beantwortet. Wir haben das damals gesagt, aber wir haben nicht gesagt, über welche Zeitperiode geht Peter Knebel nämlich darauf ein, was auch viele Fans immer wieder dann in den Raum werfen. Nach dem Abstieg wurde ja auch ganz klar vom Verein kommuniziert, Transfereinnahmen kann man wieder reinvestieren. Und deswegen fragen sich auch viele Fans, warum das eben jetzt aktuell nicht passiert. Und da betont dem Knebel, dass man nicht gesagt hat, dass man diese Transfereinnahmen direkt in diesem Sommer reinvestiert, sondern man möchte das ein bisschen aufteilen. Sprich, man will es natürlich auch erst mal sparen, aber eben auch dann zu gegebener Zeit ausgeben. Wir machen nicht die Eichhörnchen-Mentalität. Wir werden jetzt noch etwas tun, insofern wird einiges von dem Geld auch ausgegeben. Wir wissen aber auch, dass es gut ist, wenn wir das Geld verteilen, wenn wir im Winter handlungsfähig sind und im nächsten Sommer auch noch etwas tun können. Und damit meint eben auch Knebel ganz klar, dass man eben nicht alle Einnahmen schon in der aktuellen Transferperiode ausgeben will. Auch im Winter soll Hechelmann nochmal finanziellen Spielraum haben, unseren Kader punktuell verstärken zu können. Da geht es jetzt nicht darum, einen riesen Umbruch zu haben wie im letzten Winter, sondern eben dann vielleicht punktuell zwei, drei Spieler hinzuzuholen. Und dadurch ist eben auch Schalke gewappnet für den Fall des Nichtaufstieges, um eben auch dann wiederum im nächsten Sommer investieren zu können. Wir wollen in dieser Saison aufsteigen. Alle, die am Ruder sind, wissen, wie schön es ist, mit Schalke aufzusteigen. Diesen Moment zu erleben, das ist das Größte. Aber wir wissen, dass wir es auch im zweiten und dritten Anlauf schaffen können. Und genau dafür braucht es eben Geld. Und genau deswegen geht man damit ein bisschen vorsichtig um. Und wenn man eben auch dann diese Erklärung hört, finde ich, ist das auch legitim. Und dann schließt es ja eben auch nicht aus, dass man trotzdem auch noch weitere Spieler hinzuholt. Das gehört für mich eben auch dazu. Wir haben in diesem Sommer 10, 15 Millionen Euro eingenommen. Ist halt so ein bisschen die Frage, inwiefern die Harit-Summe irgendwie noch verfügbar ist. Aber wir haben auf jeden Fall unabhängig von Harit eine zweistellige Millionensumme eingenommen. Und eben deutlich weniger ausgegeben. Und deswegen ist es für mich auch vollkommen richtig so, sich Geld davon aufzusparen für den Winter und für den nächsten Sommer, um eben auch dort gute Transfers tätigen zu können. Aber das schließt ja eben auch nicht aus, jetzt nochmal zwei, drei wirklich gute Spieler hinzuzuholen. Dann wird ja immer noch was übrig bleiben. Und deswegen die Erklärung macht für mich auf jeden Fall Sinn. Kann ich als Fan, finde ich, auf jeden Fall akzeptieren und auch verstehen. Und trotzdem merkt man an unserem Kader, wir brauchen sicherlich noch den einen oder anderen Neuzugang. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.